so meine lieben ich möchte euch mal was ganz tolles zeigen unsere spedition hat uns einen adventskalender spendiert ich weiß nicht ob ihr den jetzt gut sehen könnt ich denke schon so ist ein bisschen spät aber ich bin nicht eher in meine dispo gekommen um den zu holen das heißt ich war erst gestern in der dispo habe den geholt und heute möchte ich den unter euch verlosen ja wie gesagt ein bisschen spät von adventskalender aber ich denke ihr freut euch trotzdem drüber also meine freunde eine verlosung eines adventskalenders aber wer den haben möchte muss drei bedingungen erfüllen er muss erstens abonnent sein er muss zweitens dieses video liken und er muss drittens in die kommentare schreiben hashtag ich will ihn ganz wichtig ist der hashtag weil wir dann einen zufalls generator einsetzen der die unter allen kommentatoren abonnenten und likern also alle die alle drei bedingungen erfüllt haben aus lust wie gesagt ich lege das dann nicht fest dann tun wir so ein zufalls generator einschalten und der sucht dann einen von euch raus und derjenige der dann gewonnen hat mit dem nämlich dann kontakt auf und der müsste mir natürlich dann auch seine adressekund tun aber das machen wir dann alles über messenger das müssen wir nicht öffentlich machen also wie gesagt wer diesen tollen adventskalender gewinnen will abonnent sein das video liken und kommentieren mit hashtag ja ich will ihn so freunde bin ich ja gespannt wer alles diesen adventskalender haben möchte er ist noch unversehrt und er wird auch unversehrt an euch verschickt jedenfalls an den gewinner so das war es soweit zum gewinnspiel auch nicht schlecht ne klausi macht ein gewinnspiel ich wünsche euch viel glück und ja so we